Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Hey, kann man bei Minecraft das wirklich so hinstellen? Das geht doch gar nicht, oder? Na gut, doch, es ist mittig. Es ist eine Treppe, doch. Er baut halt einfach Wuhngeil. Muss ich auch mal machen. Ich weiß, ich muss Minecraft auch mal weiterspielen. So. Hm, hat nicht unbedingt die Ähnlichkeit. Ne, es ist auch nicht ähnlich wie das Huhn. Oh, es macht Musik. Und das Huhn haut ab, toll. Das ist aber keine Musik, das Huhn mag. Jetzt freuen sie sich mal. Oh. Okay. Ich hab Bass drin. Ja, cool. Boah, wie lange das wohl gedauert hat, das zu machen, Alter. Cool. Jetzt ist noch einer da. Ich wär schon lange verzweifelt beim Bauen. Was? Ich wär total verzweifelt, Alter. Ich glaub, ich würde 25 Stunden dran bauen. Hätte man noch nicht raus, wie es geht. Kann man das Minecraft auch so bauen? Cool. Jetzt kommt noch einer. Das wird eine ganze Strichmännchen-Band. Ich, als ich das erste Mal Klavier gespielt hab. Was macht man als erstes, wenn man ein Klavier sieht? Man geht alle Tasten einfach einmal durch. Oder ein Keyboard. Ist ja dasselbe. Ich find alles automatisiert hier. Braust du ja gar nichts mehr machen. Junge, bau halt noch schneller, Alter. Ey, das ist cool, Mann. Das ist echt cool. Wie funktioniert denn der Notenblock in der Mitte, wenn der nur auf die Zwei haut? So sieht's aus, wenn du heute ne Band gründen willst. So sieht's aus, wenn du heute nehmst. Oh nein! Ey! Jetzt hör ich doch nischt! Das war ja voll mies, Alter! Vor allem einfach so Windows. Sehr cool! Geht wieder hin und macht's an! Oh, oh! Let's go! Oh, der fällt aus dem Bett, Alter! Oh, der fliegt zur Denke hoch! Aber er ist aus dem Bett gefallen! Ja, das ist übrigens voll mies, das Bett auf die Hohen zu legen! Junge, das war übelsepisch, Mann! Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus! recordings August. Jetzt ist hosting... ... ... ... ... ... toe, ...